Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 10. Dezember 2019 mit einem kleinen und spontanen Video und zwar Was denkt, was fühlt dein Seelenpartner und wie geht es weiter? Und zwar mit den Karten Ciro Marchetti, Gilded Rivery, Leno Monk Karten. So, bevor ich natürlich die Karten zu mischen beginne, wie du das auch kennst, stimme dich einfach mal in der Energie der Kristallschale ein und sende mir einfach deine Gedanken zu. Schließe dabei deine Augen. Deine Augen. So, lieben. So, lieben. Aha. Hmm. So, jetzt generell, also ist die Energie, er legt sich hier, dein Seelenpartner legt sich selber in den Bild. Also das heißt, er macht sich sehr viele Gedanken, er nimmt sich auch wichtig, ist auch vielleicht auch schon in deinem Energiefeld hier. Darum geht es hier allgemein, das ist ja jetzt seine Legung, aber du bist auch in den Bild gefallen und das gefällt mir sehr gut, soweit. Also auch wenn du jetzt noch alles abwägt, auch nochmal alles prüft, nochmal genau hinschaut, vielleicht auf Hinweise noch sucht, vielleicht seid ihr auch nicht im Kontakt, sondern verständigt ihr euch auf der Seelenebene, vielleicht sucht ihr auch nach Hinweise. Vielleicht bitte du auch um Zeichen, also wie du siehst hier auch der 44, das ist auch eine absolute Engelzahl. Vielleicht geschehen hier auch viele Synchronicitäten allgemein, weil 44 ist ja jetzt auch synchron, die 4 und 4. Also wenn du jetzt auch den Meisterzahl 4, 4, 4, 4 anschaust, ja, also auch hier den Preis jetzt von diesem Seelenpartner, Dualseelenkette und Ringe, was ich hier im Angebot habe, hat auch einen tieferen Sinn, eine tiefere Bedeutung, steht für die Partnerschaft. Und dann zeigt sich hier die Zeit, also dass er noch Zeit braucht oder seit längerem nochmal hinschaut oder nochmal Zeit gewinnen möchte, um in Stabilität zu kommen. Da zeigt sich das Haus, das Haus steht immer für das Fundament, für die Stabilität, für die Familie, für eigene Sicherheit. Wie stehe ich im Leben, wie sind meine Wurzeln, wie stabil bin ich denn so in meinem Leben, in meinem Gefühl allgemein. Und das zeigt sich hier auf der Kopfebene. Auf der Herzebene bist du gefallen und ja, der Weg zu dir gibt ihm diese feste Verankerung. Also der Weg zu dir oder diese Seelenpartner, Dualseelenweg, was ihr gemeinsam durchläuft oder diese Zwillingsflamme. Also ihr habt jetzt einen Prozess, einfach was ihr miteinander durchläuft und in diesem Prozess gibst du ihm die Halt, gibst du ihm auf diesem Weg die Stabilität. So durch dich ist er in seine Männlichkeit gekommen, durch deine Gefühle für ihn, also der bewundert dich, also wie der dich hier anschaut. Also wenn du jetzt genau da hinschaust, da siehst du schon, also das ist schon ununglaublich, also wunderschön. Und also wie geht es jetzt nun weiter, das ist jetzt eine Tagestendenz. Also wie geht es weiter, es kommen Nachrichten und es wird etwas Neues. Durch diese Portaltage verändert sich auch etwas, es kommt zu einer neuen Art der Kommunikation. Hier, also es wendet sich etwas, also wie du siehst, auch eine Würfel, wenn es fällt, also das kippt etwas. Ich würde sagen, mit dieser Energie der Portaltage kommt zu einer Veränderung und also es wird auch aufeinander zugehen stattfinden. Also es wird über diese Stabilität, über den Wunsch von Haus, von Stabilität, von Heim, von Familie, von diesem ruhigen Leben auch wahrscheinlich miteinander kommuniziert oder gesprochen. Oder dass er dir auch mitteilt, was er sich vorstellt, wie er sich das vorstellt, dass er dann eine feste Partnerschaft mit dir leben möchte, eventuell. Und natürlich nimmt er nochmal alles genau unter die Lupe und möchte genau sicher gehen, bevor er diese Anker wirft. Also das bedeutet, bevor er wirklich diese Entscheidung auch 100% getroffen wird, möchte er auch wirklich sicher sein. Sind da die Gefühle seinetwegen oder ist da noch irgendwie noch bei dir auch etwas, also möchte er 100% sicher sein, der Gefühle, dass du auch nicht in der Bedürftigkeit bist, dass du auch in deiner Stärke bist, ja. Und dass du dich auch aus freien Stücke für ihn entscheidest, generell. Also er braucht noch was Zeit für diesen Neuanfang, für diese Entscheidung. Das würde auch nicht auf einen Tag gehen, von heute auf morgen gehen. Ja, auf jeden Fall, das würde ich, ja, das würde ich hier, also auf jeden Fall, ja, nochmal, gar nicht so für diesen Tag dann auch, ja, so festhalten, sondern allgemein so ein bisschen mehr Zeit hier mit einkalkulieren, ja, ich nehme jetzt nochmal die Karte auf Wolke 7, welche Karte ihm, welche Engel ihm jetzt auch heute an dem heutigen Tag begleite, die Schusssekunde. Also er bekommt dir zusätzliche Inspiration, schöpfe kreative Energie, lass Gedanken und Ideen aus der Tiefe deiner Seele emporsteigen. Lass dich von deinem Engel dazu inspirieren, Neues zu erschaffen und dich weiterzuentwickeln. Also wie du siehst, also er wird inspiriert von den Engeln und, ja, dass er in seine Stabilität, in seine Sicherheit auch hineinkommt, ja. So, ich hoffe, das konntest du wunderbar annehmen, dass da heute, was denkt und fühlt dein Seelenpartner und wie geht es weiter. Und wenn du das annehmen konntest und es für dich hilfreich war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr. Wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist, wenn ich jetzt eine Video hochlade, abonniere einfach dazu meinen Kanal und dann wirst du auch automatisch benachrichtigt, wenn es etwas Neues vom Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage, bis bald, Namaste, deine Valeria.